Im Abgasskandal bei Volkswagen ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig nun auch gegen Aufsichtsratschef Pörsch, wie VW mitteilte. Dabei geht es um den Vorwurf der Marktmanipulation. Es besteht der Verdacht, dass die Konzernspitze Anleger bewusst zu spät über mögliche finanzielle Folgen des Abgasbetrugs informiert hat. Pörsch war damals VW-Finanzvorstand. Mehr dazu nun live aus Hannover von Thorsten Habke. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt bereits seit dem Sommer über den Verdacht, dass Aktionäre zu spät über die Risiken des Dieselskandals informiert worden sein könnten. Zunächst gab es zwei Beschuldigte, den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn und den jetzigen Markenchef der Marke Volkswagen Herbert Dies. Pörsch ist nun der dritte Beschuldigte. Warum er nun in den Kreis der Beschuldigten gerückt ist, dazu war bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig heute nicht zu erfahren. Möglicherweise gibt es neue Erkenntnisse darüber, wann Pörsch überhaupt über die Betrugssoftware informiert worden ist. Volkswagen ließ jedenfalls erklären, man bleibe bei seiner Rechtsauffassung, dass der Konzern richtig gehandelt habe, dass der Kapitalmarkt korrekt informiert worden sei. Das Land Niedersachsen ließ erklären, man warne vor vorschnellen Schlussfolgerungen. Aber es gab eine Rücktrittsforderung gegen Pörsch von dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Jörg Bode, einem FDP-Landespolitiker. Und das war die Frage. Das war die Frage.